Du, es könnten die beiden sein. Es könnten die beiden sein. Halt Abstand vor denen. Halt Abstand. Draußen läuft der Ju. Ich sag's dir, JuBiDu. Sonntag 15 Uhr, ich zähl allein in meiner Crip. Ey, lass auf Imposterjagd keine Tests mehr machen. So. Natürlich, Crewmate. Natürlich. Komm, wir warten auch mal ein bisschen. Ich bleib jetzt den ganzen Tag bei Rezo. Oh, scheiße. Verloren. Oh, alle sind abgehauen hier. Uncool. Komm, jetzt mach ich doch wieder Tests. Naja. Hauptsache, ich sterbe jetzt nicht erst Runde. Oh, scheiß Dreck. Hier wurde ich eben gekillt. Vorsicht, Schuh. Ich frag mich, sieht man eigentlich die anderen Spieler? Ja, sieht man. Ne, sieht man nicht? Wenn die jetzt reinlaufen? Ne. Okay. Okay. Wenn ich einen Tests mache. Oh, okay. Ich seh niemanden. Ich bin komplett alleine wieder. Geht es immer nur mir so? Spiel ich das Spiel falsch? Warum bin ich der Einzige, der mal allein ist? Oh, ich kann reporten. What the fuck? Kann ich doch nicht. Okay, ich spiele das Spiel falsch. Oh mein Gott. Wer ist denn schon wieder tot? Leute, ich weiß, wer es ist. Oh nein, Osav. Ich weiß, wer es ist. Das muss Maxi sein. Ich habe es leider an den Camps gesehen. Es tut mir sehr leid. Und wer war es? Cracker. Cracker. Oh, okay. Cracker. Cracker. Du kannst doch nicht den Kombinations-Boss umbringen. Also es stimmt, ich habe Osav noch zuletzt gesehen, bevor das Licht rausgegangen ist. Also ich kann euch sagen, wie es war. Ich war mit Maxi in den Camps. Ich sehe Osav an den Lifelines. Osav lebt noch. Da habe ich ihn auch gesehen. Ich gehe kurz wieder aus den Camps raus, wieder rein. Auf einmal läuft Cracker einfach über Osavs Leiche rüber. Aus Admin raus. Und ja, was soll ich sagen? Quiso, was hast du denn zu erzählen? Also ich bin, ich glaube es ist Admin und dann rechts von Admin war ich in dem Raum. Und da konnte ich auf den Button drücken. Ich habe nichts gesehen. Ich habe mich da ganz kurz im Dunklen gesehen. Dann kann ich die Sache jetzt noch unterstützen, weil ich habe Cracker nämlich wenden sehen. Ach krass. Cracker, hast du ein Gegenargument? Hast du ein Gegenargument? Hast du doch im Chat geschrieben, irgendwie ich bin? Leute, wollt ihr mich verarschen? Okay, ich gebe jetzt zu. Ich bin im Poster, aber ich bin nicht gewendet. Was soll der Fall sein? Was habest du gewendet? Nein. Also Cracker, das war ein Anfängerfehler. Puh. Das Licht ging aus. Achso, ja stimmt. Oha. Okay, das ging schnell. Komm, ich bleib bei Rezo jetzt. Bei Rezo fühle ich mich sicher. Rezo ist der Zerstörer. Guck mal, und hier muss ich auch hin. Ach scheiße, bleib ich da hoch. Ach, ein bisschen Tests muss ich noch machen. Oh scheiße, muss ich ja runter. Was machen wir? Bleib doch näher zusammen. Haut doch nicht ab. Haut nicht ab. Wartet auf mich. Wartet auf mich. Okay, bei der Tür müssen wir eher auf mich warten. Oh, das war knapp. Oh shit. Okay. Boah, ich dachte, ich bin Fufu alleine. Ey, warum trennt ihr euch? Oh nein. Oh shit. Das Licht ist echt das Wackeste. Jetzt hab ich beide wieder verloren. Stress. Okay. Hallo. Ich hab gerade Maundatus gleich hier gesehen. Ich wollte die reporten. Was? Ich war gerade Maundatus vor Electric. Ich wollte gerade reporten, Paluten. Oh shit, alle tot. Schlimm? Macht das ein Unterschied? Alle sind tot. Ja, ja, ich stimmt. Ich weiß von Ihnen. Freunde sind gestorben. Ich hab gesehen, oh Gott, da ist mein Vega. Sorry, Leute. Aber zwei sind tot, Leute. Drei, oder? Nee, nee. Achso, der Cracker wurde ja rausgehofft. Ja, ich hab nur auf Admin, auf diesem Live-Ding gesehen, dass Rezo tot war. Das Ding ist, Paluten, Jew und ich waren zusammen. Wir können's nicht gewesen sein. Maxi und Timmit haben die Ersten am Winter rausgehauen. Entweder ist es Maxi oder genug. Maxi hat mir nicht zugestimmt dabei. Ja, eben. Deswegen, entweder ist es Maxi oder genug. Warte, ich war... Naja, also Maxi hab ich so oft gesehen. Ich glaub nicht, dass er es war. Ich weiß, dann ist es genug. Ich muss sagen, ich war oft alleine, aber ich hab sonst niemand gesehen. Ich war aber auch öfter mal bei Maxi. Die einzigen, die ich gesehen hab, war dieser Batzen, der auf mich zugekommen ist. Maxi. Ja. Und Timmit hab ich gar nicht gesehen. Also ich hab jetzt so einen leichten Tass auf genug, weil sie es immer macht, wenn der Impostermate rausgeworfen wird, zu 100%. Dass sie dann nochmal so ein bisschen nachlaufen wird. Weil, kennst du mich? Wenn ich Impostermate bin, dann such ich mir immer Freunde, verdammt. Du hast halt gesagt, dass Cracker gewandet ist, aber er ist nicht gewandet. Wir können uns doch eherlauben jemanden. Cracker ist gewandet. Ach so, wen machen wir denn jetzt? Nun? Cracker ist gewandet. Ich mach genug. Wieso, wieso... Ich vertraue meinem Kollegen. Cracker war wahrscheinlich Impostor, oder? Nee, nee, oh nein. Ich halte mich raus aus euren Streitereien. Also ich dachte, also Fufu... Ein Fehlschlag von... Ja, aber Fufu nicht, ey, enttäuscht mich nicht. Ihr schwitzt es nicht. Wie ist gut? Wie ist das? What? Oh, ULTRA-Nice. Timmit, Timmit. Ja? Du hast mich vor diesem Tisch stehen sehen. Ich wollte Tobi und Knutu reporten, weil das halt Ultrasass war und dann hab ich gedacht, nein. Bring euch jetzt alle um. Geil. Ich auch. Oh nein, ey! Ich will gar nicht mit Maxi irgendwie in der Nähe bleiben von Maxi. Der ist so oft Impostor. Oh, damn. Guck mal, Ju, wir sind beide grün. Weißt du, das ist ein Zeichen. Wir sind beide grün. Ich muss hier auch eine Aufgabe machen. Ju? Hallo? Hi. Bitte nicht mich töten. Danke. Grün und grün stehen zusammen. Ah, schon wieder ist Maxi in meiner Nähe. Alter, ich will gar nicht bei ihm in der Nähe sein gerade. Wir töten keine Killer. Oh, gut. Ich verfolge jetzt die ganze Zeit, Ju. Ey, was will der Maxi? Ju, ich will nur Freund sein von dir. Ein Freund. Wir sind doch Freunde. Guck mal, ich hab zwei kleine Figuren auf meinem Kopf und an meiner Seite. Ey, ich trau dem nicht. Komm, wir können doch so gute Freunde sein, Ju. Geh doch weg von mir. Okay, also... Der hätte mich so oft töten können. Niemals hat... Niemals ist der... Niemals ist der, äh, Imposter. Okay, Maxi kann man trauen. Maxi kann man trauen. Du, ich bin genau hinter dir. Alles gut. Alter, aber der läuft mir echt viel hinterher. Wenn er mich jetzt tötet, ne? Plot-Twist. Bitte nicht weglaufen, Ju. Ich mach nur meinen heftigen Card-Swipe. Zack. Fast Try. Ju. Der ist ja immer noch da. Aber Plot-Twist, wenn ich ihn jetzt töten würde. Äh. Freunde für immer. Du, ich will nicht sagen, aber eine Person ist tot, ne? So, ich hab mich jetzt hier abgehangen. Trotzdem trau ich ihn nicht. Er hat mich schon zu oft gekillt. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Okay. So. Ich hab absolut nichts geschaut, aber ich weiß, dass zwei tot sind dank den Lifelines. Ju, warum hast du so Angst vor mir? Ich beschütze dich. Ey, ich habe so viel Angst vor dir. Ich beschütze dich, Ju. So viel Angst. Du hast mich schon so oft getötet. So oft. Du. Ich war nur am weglaufen in dieser Runde. Ich war es nicht. Du warst es nicht. Wir sind schon mal raus. Okay. Ist es dann jetzt? Ich wieder? Keine Ahnung. Ich wollte vielleicht nicht suchen. Ich glaube, es ist Gnu. Hey. Ich hasse euch. Ist Gnu wieder gemäntet, oder was? Ja, ich bin gemäntet. Frau Ju und Ju hat es nicht gesagt. Na. Kann gar nicht gewesen sein. Das ist gar nicht so gut. Ju war die ganze Zeit bei mir. Am weglaufen, genau. Ganz nicht. Ich war auch bei euch. Hä, das war weglaufen? Ich dachte, wir laufen Hand in Hand. Ach so. Das war der Friedenstanz. Okay. Was hat denn der liebe Fudis gemacht? Ich? Der hat ein Paket gemacht. Nicht angemacht. Und davor hat er Maudado gekillt? Davor hab ich Maudado und Cracker gekillt, bitte. Ah, okay. Ich hab geholfen. Kurz. Eine Frage an Osav. Ich weiß echt nicht, wer es ist. Ich hab die Geschenke verfeilt. Osav, was hast du gemacht vor der Cam? Ich hab ein Labdance für die Kamera gemacht. Aber ist es nicht wichtiger als Crewmate eigentlich die Tasks zu machen? Ja. Die macht eh keiner. Hä, bin ich der Einzige, der die macht? Deswegen wähl ich dich. Ich mach die auch. Also Maudado macht die eh nie. Maudado sagt am Ende dann immer, Ich will es spannender machen. Hä? Ich will kein Crewmate win. Kein Task win. Ja. Okay, keiner sagt für wen er wotet und wir woten einfach für irgendjemanden, ne? Okay. Ja. Ich hab für mich selbst gewotet. Maxi, da hast du kurz durchgearbeitet, oder? Das Licht ging aus. Verdammt. Ja, deswegen ja. Okay. Du, du weißt, dass ich safe bin. Ich weiß jetzt nicht, warum du weiter von mir wegläufst. Maxi ist schon wieder in meiner Nähe. Aber okay, gut. Maxi hat die Friedenspfeife in der Hand. Passt. Du, es könnten die beiden sein. Es könnten die beiden sein. Halt Abstand vor denen. Halt Abstand. Oh, das ist cool. Tränen, bleibt bei mir. Zumindesten zwei Leute. Weil diese Task dauert immer so ultra lang. Aber wie ich jetzt gelernt habe, machen anscheinend eh nicht alle Tasks. Ich bin der einzige, der die macht. Okay. Ich wette, hier ist ein Imposter unter uns. Definitiv Wo ist Rezo eigentlich? Oh der ist jetzt schon tot? Ist Rezo schon tot? Oh Gott ne ich hab Schiss hier. Ey jetzt bin ich alleine hier oder? Ne Ok ich geh los, ich geh los. Ich muss äh ihr seid hier Wo bleibst du hin? Wo wahrscheinlich der Imposter auf mich wartet Oh Rezo ist tot Hände hoch Stu Tappt ihr immer gegen Rezo Warte mal warst du oder was? Also die Leiche Ja Also die liegt Drew hast du die Lichter ausgemacht? Ne hab ich nicht, ich hab nix, ich dachte weil wir da standen, dass ich noch zu der zweiten Port mussten und dass wir das gleichzeitig machen müssen Okay dann ist Was war denn das für ein Amateur Kill? Ich hab niemals, ich würde niemals Rezo töten Ich hatte viel zu viel Respekt einfach, vor ihm menschlich gesehen Die Leiche liegt halt wirklich in Electrical drinnen, vor den Lichtern so gesehen Vor wo? Ach bei mir oder was? Ne Ich war doch grad weit oben rechts Ja doch doch doch, direkt neben dir ja doch Also ich war in den Kameras Echt? Ja Oh Aber Ich weiß nicht ob es zu ist Nein, ich weiß es nicht Gnu und Fufu waren weiter unten auf jeden Fall Wir waren mega lange zusammen Oh Palouse haben später dazu nicht Julian ist gegangen Wer war denn zusammen? Ja Was denn? Ich weiß nur noch, dass Maxi und ich hab keinen anderen glaube ich mehr am Ende gesehen Ich weiß nur, viele sind links ins Gebäude rein und dann glaube ich zu Licht Ja, aber da muss es ja eigentlich Gnu sein, weil Gnu und Maxi waren glaube ich von links zusammen Ja, weil Gnu ist am Ende gegangen, aber Paluten kamen auch später dazu Wie alt ist denn die Leiche? Aber dann hätte ich mich ja immer töten können Ja, dreimal hab ich ihn angerufen, er ist nicht rangegangen Wer war denn nicht in dem Raum? Gerade bei uns Wer war denn gerade nicht im Raum bei uns Wir sollten Voten Warum Gnu? Der hätte mich die ganze Zeit kennen können Oder? Ja, die ganze Ruhe Das wäre halt Nicht dumm gewesen Aber Oh, ihr habt ihn umgebracht? Hä? Mit zwei Votes Warum Gnu? Warum ich? Awww Es ist wahreshaft Hey So Ah, ich hab mich auch sche... Wer war es jetzt? Oh, tschuldigung Scheiße, okay Ich hab mich aber auch schlecht rausgeredet Ich hab mich zu sass gemacht Ey, mega ätzend Oh mein Gott Fufu, du kleiner Killer Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hä, das war der... Fufu und Osaf, oder? Fufu und Osaf Fufu, du war das Mann Oh mein Gott Wir werfen Fufu raus und danach Osaf Das kann doch stimmen Er wollte safe ein Double Kill machen, aber er hat es nicht geschafft Ja, wollten die auch Mit wem war er da? Weiß ich nicht Safe Osaf Osaf? Kannst du was sagen? Oh mein Gott Das war hundertprozentig timid Hä? Warum nicht? Wem war Fufu? Er hat mich... Nee, 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 nee Ich darf nicht Ich darf nicht Ich würde dich niemals verarschen Das weiß ich nicht Ah, okay Fufu ist rausgekommen Na, war ich gar nicht Ja doch, du hast mich mal umgebracht Ja, du möchtest 30 Mal Ja, und? Okay Bringt das jetzt überhaupt was, noch Tests zu machen? Es kann nur Osaf gewesen sein, oder? Es kann nur Osaf gewesen sein Ich hab's gesagt Also Paluten, ne? Ich weiß nicht Hast du nicht gerade Maxi gesehen, wie er? Ich weiß gar nicht, wer's war Ich hab Maxi nicht gesehen Ich weiß gar nicht, wer ich gerade umgebracht hab Ich hab Timmit Ja, Timmit war's Ja gut, Osaf, ähm, ist vorbei Ach Paluten, kannst du mich nicht gewinnen lassen? Und einfach Maxi boten Soll ich dich gewinnen lassen? Ja bitte Nein, nein, warte, warte, warte Ich bring ich auch nicht um, weißt du? Ich kann dich dann gar nicht mehr umbringen Ja, weil ich rausgewurzelt werde Ja Wir können unser Leben einfach genießen Wir müssen gewinnen Ja, Osaf, ich kann dir das Meine Zuschauer drehen mir den Hals um Wenn ich dich jetzt verschone Aber warum? Ich bin echt nicht so gut als Imposter Hast du schon mal ne Imposter-Runde gewonnen? Ja, mit dir Ach, ja, Tim, wir beide Ja, dann kannst du's verkraften Guck mal, jetzt könntest du auch wieder gewinnen Osaf, ich kann das nicht machen Du könntest der dritte Imposter werden Ich kann dich anwerben quasi Ich mag dich wirklich super gern Ich kann dich anwerben quasi Die zahlen nicht gut Ich weiß Er ist der eine, das wär gemein Das wär einfach gemein Wir wollen jetzt nicht rein trollen Ich muss dich wegwerfen, Osaf Es tut mir leid Du bist Ich hab dich noch nie verkauft Ich hab dich noch nie verkauft Außer einmal Ich hab dich auch noch nie verkauft Du bist letztens Bist du einfach nur hingelaufen Du hast mich umgebracht Du kommst weg Du kommst weg Du hast mich einfach abgeschlachtet Letzten Das gefällt mir Ich hab'n versehen Ich hab'n versehen Ja, nein Ein Attentat war das, Osaf Ich hab'n gesagt, das war Osaf Du hätt'n jemals an Krieg gemacht Der hätt'n mich viel vorgekehlt Ja Ich glaub'n Osaf viel zu sehr immer Osaf, deine Stimme ist einfach so viel mehr wert als die von einem normalen Menschen Aber egal Ich mach mich zum Ninja Nächste Stunde Nein Sorry Hat schon wieder nicht funktioniert Mit Imposter Auch für Auch Mit später reinkommen Komisch, ne? Es ist echt verflucht Irgendwas muss ich ja machen Dass es nicht funktioniert Irgendwas Ich weiß nicht, was es ist Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Bin ich mit den richtigen gerade hier drin? Ich warte lieber Warte ich lieber auf Palloncracker Wir gehen gemeinsam Oh shit, das dauert lang Okay So, ich bleib' bei euch Okay Fufu oder Cracker Also beide könnte es nicht sein Das würden die mich so hart von beiden Seiten killen Oh Scheiße Okay, Licht ist wieder da Nein, trennt euch nicht Fuck Oh, jetzt hab ich beide alle wieder verloren, ey Das ist richtig bitter Hä? Hier ist keine Quest Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, nee Verbiss dich Okay, ich kann mir gut vorstellen, dass Osaf mich tötet jetzt Doch nicht Da ist jemand, oder? Ja Irgendwer weiß es Und Rezo ist da O-Saft und Rezo Was macht Rezo da? Da ist doch keine Quest, oder? Keine Task Hä? Okay, ich reporte Im Sitzungsraum, wenn man links rausläuft vor der Türe liegt Fufu Im Sitzungsraum Im Sitzungsraum Da wo der Knopfraum ist Der Knopfraum Ich weiß nicht wie der Raum heißt Also im Indoor oder Outdoor? Nein links und draußen links Okay Also Drew Rezo sind safe Ich war gerade noch in Lifelines, da war Fufu noch nicht tot Boah Interessant, dass du wieder bei Lifelines warst Da, wo der Killer dahin passiert ist Das ist richtig sass Ja das war vor 5 Sekunden oder so Oder 10 vielleicht Wer war gerade alles oben Wer war als erstes beim Strom? Ich Ich Aber ich war als erstes an der Tür Da war ich mit Maudado bei der ersten Tür Ich hab das nicht angemacht Jetzt warst nicht du alleine Ich war auch schon mit am Arbeiten Nein, egal, das zusammen Streitet euch doch nicht Streiten hilft nicht Wir müssen jemanden rausbauen, der der Imposter ist Aber Rezo Also Maxi, oder was? Nein, 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 nein Du Maxi-Paluten waren zu früh oben links Die konnten den Kirchen nicht Was ist denn mit Cracker? Ja, es ist halt wirklich in den letzten 10 Sekunden passiert Ja, Cracker ist das Ding, den verdächt' ich wieder Aber die Sache ist, der weint wieder rum, wenn ich jetzt was sag Was soll das heißen, Maudado? Du bist in den Atmenraum runtergegangen Und bist nicht nach rechts gelaufen Und ich denk' du bist in den Vent da runtergegangen Aber Rezo, was hast du für eine Quest gemacht gerade Bei der Barker-Kennel Du bist nicht wieder aus diesem Atmenraum raus Und da ist ein Vent Was soll diese Was soll diese Umweinen-Argumentation? Wieso, Ju? Was mit euch? Rezo, was war denn der letzte Quest da? Jetzt ist vorbei Jetzt ist jetzt vorbei Also ich hab' ein Ju-Gefühl Nein, helf' um Ju Weiß ich nicht einfach, weil ich grad so'n Vibe hab' Ey, okay, weird Weird, Rezo Weird Hey, wieso wurde denn jetzt Cracker raus? Ich hab's schon mal rum Ah, okay, okay Ich behalte dich im Auge, Rezo Ich behalte dich auf jeden Fall im Auge jetzt Okay, save Rezo Save, Alter Er beschuldigt direkt mich Boah, wehe, genug töte mich jetzt Ich möchte mich offiziell bei Wintercracker entschuldigen Das war nicht nett, wie ich das formuliert hab' Ganz kurz Ich hab grad drüber nachgedacht Ich hab' echt fies geredet Es tut mir leid Ich werd' einmal ganz kurz noch mit Rezo sprechen Weil ich hab' ihn nur eine Frage gestellt Und daraufhin macht er mich direkt an Also Rezo, was war deine letzte Quest da an diesem Rohr, wo eigentlich gar keine Quest ist? Hey Da unten ist ne Quest Welche war das denn? Jetzt auch grade noch eine Quest Da musst du so'n Rad drehen Wie so'n Wie so'n Lenkrad von nem Schiff Ja, das stimmt Das ist korrekt Okay, okay, okay Ja, ich wollte nur die Frage stellen Aber dann wurde Rezo direkt Was ist denn, wenn du das Ding drehst? Was ist rechts von dem... Von dem... Ja, da geht so Wasser hoch dann Ah, okay Okay, okay Das muss ich jetzt ein zweites Mal machen Und ansonsten, was ich grad noch sagen wollte ist Ja? Ansonsten bin ich mit allen Tars durch Müsstet ihr das nicht auch bald sein? Also ich bin auch die ganze Zeit durch mit dem Test Ich brauch' noch einen Tars, der ist links unten, glaub' ich Dann lass doch einfach die Leute, die durch sind Die gehen einfach mit den Leuten mit, die nicht durch sind Das ist doch schon mal ein gutes Ding Dann gehen wir alle mal mit Maxi Das passt dann auch schwer Kommt mit, ich muss nur nach links gehen Ich muss nur nach links gehen Okay, dann folgen wir alle Pexify Nein, nicht Pexify Doch, Pexify Alle Pexify folgen Was? Wir wurden Maxi-Fy? Nein Nein, wir wurden Der kann ja aber schnell, dass wir eine Quälze brachten Stimmt, wenn er tot ist, kann er die schneller machen Dreier und Vierer kriegen würde Nein, nein Ich muss gleich anhacken, dass Jun noch am Leben ist Das ist ja sus Hey 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 Wo ist Pexify, hm? Wo ist der jetzt? Wo ist der hin? Nein, wir müssen jetzt richtig nah bleiben, wir müssen richtig kuscheln Ey, genug schon wieder, ne? Was soll denn das? Warum macht ihr sich immer suspicious hier? Ich sag, Moment Man weiß aber nicht, was er sagen soll Damit macht ihr sich aber auch wieder unsuspicious Weil die es halt immer macht Weil die es halt immer macht Okay, jetzt bin ich gespannt Okay, ich bin ein bisschen... Was passiert? Ich bin ein bisschen verwirrt Waren alle drei tot? Oh, wo ist er von Anfang an? Ist Fufu neu? Oder... Nein, nein Nein, nein, die sind alle Die sind alle Oder? Es ist kein Mord geschehen, seitdem wir die ganze Zeit bei Rezo sind Okay, ja Okay Ich war grad verwirrt Okay, wir sind Rezo, Maxi, Gnu und ich Also Gnu, genau, Gnu, Ju und ich, wir waren die ganze Zeit aufeinander Ja, hab ich gesehen Und Maxi war halt auch sehr lange bei uns, ne? Ja, also... Ja, aber warum haben wir... Wer hat jetzt... Warum hast du jetzt reportet? Also hier... Ich hab gedacht, es wäre ein neuer Mord passiert Aber ich... Also ist ein neuer Mord passiert Wer ist ja? Wer ist denn mit deinen Tasks noch nicht durch? Ich, ich... Ich bin noch nicht komplett durch Ich hab auch noch zwei, by the way, sorry Ich dachte, ich bin durch Ich hab die ganze Zeit Paluten geschützt Weil er muss noch seine Tasks machen Und ich hab... Man, fertig Okay Wem folgen wir jetzt? Also Gnu, ich kleb dir jetzt einfach am Arsch Und du machst deine Tasks, ja? Oh ja, bitte beschützt mich Und ich krieg jetzt so viele Tasks durch, alter Das ist insane Ich glaube, Gnu wollte wieder wenden Vor Ju Ja, hab ich auch Also ich lauf jetzt einfach alleine rum Du kannst mich wegholen Ich glaub an dich, du schaffst das Wer denn? Wer? Ja, weiß ich nicht, wer das ist Ich hab noch ein paar Aufgaben, wenn ihr mir folgt Also ne, warte, wir folgen noch Gnu jetzt, oder? Folgen wir nicht Gnu? Ja, folgen wir Gnu Okay, folgen wir Gnu Also du hast mir grad die Live-Line nicht recht lesen können, glaub ich mal da so Ja, ne, aber du bist der Einzige, den ich hier grad verdächtige Aua, mein Herz Okay Ja, so kann man das Spiel auch spielen Interessant Okay Dann ne Gnu Und danach mir, hoffentlich Wie die sich fühlen muss mit ihrer Entourage Hallo, wo sind wir alle? Mach mal langsamer hier Gnu Scheiße Ich hab Gnu verloren Nein, ich hab Gnu verloren Nein Ja, okay Alter, es kann nicht sein Und ich sag noch Ich sag noch Gnu, es klebt ja am Ars und jetzt ist sie gestorben und ich war nicht da Wer ist mitgelaufen? Ich war dabei, Timmyth war dabei Maxi auch Maxi war auch dabei Warte, warte, warte Maxi? Du hast geportet, wo lag die Leiche? Die war oben bei den, äh, bei Download? Die, die war direkt vor der Tür, äh, zum Strom Ganz bisschen weiter oben, glaub ich Die hat gerade ne Aufgabe machen da Wer war denn jetzt in diesem Stack drinnen, wo ich auch drinnen war? Ja, ich war da auch Ja, oder nicht? Ich war da auch Bis das Licht ausging, dann bin ich zum Strom Oh Sind das vielleicht Paluten und Gnu? Ne, ne? Ne, ne, ne Also ich, ich möchte das, ich möchte hier wirklich euch allen ins Gewissen reden Hallo Ja, bitte Warum läufst du die ganze Zeit alleine rum? Ich hab so'n Hardcore-Ju, warum lauf ich die ganze Zeit alleine rum? Ne, ne, ich bin's wirklich nicht Ne, 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 also Palermo ist hier wirklich nix Ja, Juu Was hast du jetzt mit der Aufgabe gemacht, Juu? Ich hab, ich warte auf die nächste Runde, dann würde ich meine zwei letzten Tasks machen Alter, ich würde aber, ich würde trotzdem, ich würde trotzdem, ich würde trotzdem Nee, wirklich Maxify, vertrau mir Ich würde trotzdem warten, weil Wirklich? Ja, einfach um sicher zu gehen Wollen wir nicht Tim mit rausworten? Ja, Leute, ich war doch im Stack bei euch, das wär jetzt ein echtes Ja, aber du warst unten rechts, das stimmt Du warst unten rechts Aber ich weiß nicht, wo du warst, bevor das Licht anging Aber, ja, hm Ja, aber der Kill war doch oben Also ich kann euch wirklich nur sagen, Palermo hat ausnahmsweise mal nix gemacht Hey, dann wollte ich Tim mit Hey, nicht mich, ich hab Ja Ey, folgt mir, ich muss noch zwei Quests machen und dann bin ich durch Ich, ich hab Ich hab Tim mit Ja, dann mach ich auch Achso, ist schon vorbei Oh nein, ich hab gerade geworfen Na, ist okay, ist okay Ist okay Ich glaub, das ist jetzt zu spät Ich glaub, nee, ich glaub Dann folgt mir, folgt mir zum letzten zwei Tests Ich hab auch nur noch eine Ja, aber folgt mir So Gut Ähm, Mute, Mute, Mute Ähm, Mute, Mute, Mute Och na, genau die, die lang dauert Okay Okay So Ich bin fertig Maudado? Ja, das ist gut, das finde ich Ganz weird Weil du bist doch gerade hoch zu mir gekommen, als ich den Reaktor ausmachen wollte Äh, ja, das stimmt Und dann hab ich gedacht, ich geh den Knopf drücken Und dann bin ich runter zum Knopf gegangen Aber du hast den Knopf gekämpft Nee, 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 nee Und hatte dann keinen Knopf mehr zum drücken Ich hatte null Ist dann aufgetaucht Wer hat den Knopf gedrückt? Niemand Du hast es gerade reported Ja, aber es sind ja zwei Es gab ja zwei Leute, die den Knopf drücken müssen Die waren Maxi Fire Ja, 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 ja Er meint Reaktor Reaktor, Reaktor, wer hat rechts oben den Reaktor gemacht? Ich glaub, also Ja Entweder ich werd verrückt oder timmelt Und Rezo war oben rechts Ja, ich stand oben rechts Und dann bist du Dann kam Rezo zu mir Ja, wie gesagt Ich war da Dann hab ich gesehen, du bist oben Genau Ich hab davor gesehen, Paluten und Maxi waren bei diesen Waffen Sind sie nach links gelaufen Genau, genau Ah, ich weiß wer es ist Deswegen bin ich zum Knopf gegangen Du wenn Es ist definitiv Maudado Weil ich war mit Rezo Ist bei mir geblieben Nein, 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 nein Leute Doch, warte, warte, lass mich kurz aussprechen Okay Dann bin ich nach links gegangen und dachte Warum folgt mir Rezo nicht So egal, okay, der ist mit Maudado jetzt hier und sonst was Und dann bin ich zurückgegangen Wollte Emergency Call machen Weil ich einfach mal die Lage abchecken wollte Dann kamst du mir entgegen unten Das heißt du was Ja, weil ich keinen Knopf mehr hatte Ich hab, also Leute, ich bin es nicht Maudado Ich kann es sagen Ich glaube Ich glaube auch Dass Cracker es vielleicht war Weil sonst hätten wir jetzt Glaube ich vergessen Ja Die sagt erst, es muss Teammate oder Chuba Für mich sein Nein, 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 nein Wen hauen wir jetzt raus, Maxi Freund? Maudado Oh Gott Nein Ich war Ich hab ja verdammt Ja Dann ist es An den Geist von Rezo An den Geist von Rezo Wer ist das? Es ist glaube ich True Nee, geht lieber auf True Nee, ich hab alle Tasks fertig Ich bleib jetzt einfach hier stehen So Wie so ein beleidigtes Kind Ich bleib jetzt einfach hier stehen Ach, Scheiße Ja, dann muss man halt los dann, ne Das ist das Problem Das ist das Problem Damn Es ist immer so krass, man äh Sasst hier man so extremst krass Und dann wird er getötet Er hat immer so schlechtes Gewissen Ja So, ich geh jetzt zurück zur Emergency Und sobald jemand kommt Oh Ich glaube, Tim wird uns gegeneinander aufhätten, oder? Oh, das ist jetzt super Hey, warum? Warum soll ich denn Warum drückst du denn nicht? Warum soll ich drücken? War eine Leiche da? Nee, aber Du stehst einfach davor Nee, ich bin doch Ich bin gerade zurückgekommen, weil ich hier äh Dieses Seismic-Ding jetzt da gemacht hab Damit hier wieder Dieses Dilt-Dilt ausgeht Boah, ich bin so schlecht im Beschreiben Und dann bin ich zurückgekommen, weil ich gesagt hab, ich bleibe jetzt hier Was? Nee, aber Dann hätte Dann hätte Timmit wahrscheinlich dich abgeschlachtet Das ist glaube ich das Problem Hä, nee, warum? Ja, weil ich hab Timmit da oben auch gesehen Aber Palut, und was ist, wenn Timmit wieder so ein 500 IQ-Move macht? Und so einfach Ja Ja, aber dann hätte er Ja, hätte er Hätte sein Hätte er wenigstens eingekillt Muss nicht sein Ja, true Du bist smart, du bist Ja, stimmt schon Also eigentlich mein Bauchgefühl sagt Timmit Ich bin auch Also Pall oder Timmit halt Pall oder Timmit halt Pall oder Timmit Palluten kann's nicht sein, Juub Er kann's nicht sein Achso, okay, dann Timmit 100 pro Timmit Was? Ja Nein Aber was ist der Warum nicht Ju? Beide, ey Maxify, wir müssen hier ne gemeinsame Entscheidung treffen Au da, du meint ja immer auch, wir sollten Ju voten lieber Ja Ich bin's nicht, Freunde Bist du, äh, Timmit Du musst jetzt mal so ein bisschen hier for real machen Okay Zeig doch mal, dass du jetzt nicht abgeschlachtet werden willst Okay, äh Okay, was, was, Timmit, was hast du denn gemacht? Soll ich weinen? Wo warst du denn? Was hast du denn gemacht? Ich hab gar nichts gemacht, ich hab immer nur... Wen? Wen machen wir jetzt, Maxify? Ja, Ju! Ne, warum mich? Das ist save Timmit Ich nehm Timmit, ich nehm Timmit Ich nehm Timmit, ich nehm auch Timmit Warum? Ich weiß nicht Maxify 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 Warum? Kennen wir doch diese gute Runde, oh mein Goooood Ja! 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 Wunderbar! Wunderbar! Holy shit! Ja, aber das kann man nicht auffragen, ne? Bist du da einer gewendet? Nein, ich bin nicht gewendet zum tausend Mal Mordado, Mordado befüll ich mich jede Runde zun und sagt dann, oh, Peter Quäcker weint immer rum, wenn er sich verteidigt Ja, es tut mir leid, das weiß ich nicht, ich hör auf damit Immer wenn ich sage Mordado... Ich beschwille mich nicht anscheinend so häufig Mordado befüll ich mich jede Runde ohne Gute Oh mann! Immer dasselbe, warum? Guck mal, jetzt geh ich extra spät rein Das ist Quatsch gewesen Oh, saft schlachte mich jetzt ab Die machen ja die ganze Zeit nichts Was ist denn das für ein riesiges Kondom hier? Oh shit Und zack, man ist wieder getrennt Es ist so crazy Oh, doch nicht Hi! Äh, genau beim Lichtlieb... Nein, 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 das Licht ist aus tot Das Licht ist aus, das Licht ist aus Das Licht ist aus, das Licht ist aus Das Licht ist aus, das Licht ist aus, das Licht ist aus Hallo, hallo, hallo Wir waren grade zu viert Also wir waren grade zuviert aufgelaufen Ja, ich bin nicht mit ne Munter gelaufen Gnou und ich waren zusammen, Gnou kam glaube ich von rechts, daher kann sie es nicht gewesen sein, Gnou und ich waren von Anfang an zusammen, Gnou kam von links glaube ich, aber das wäre ziemlich lange her. Ja genau, ja dann kann ich ja gar nicht sein, wenn ich runter gelaufen bin, ne ne ne, es könnte gerade gefühlt Gnou sein, weil der von links kam, als er zu uns gestoßen ist, aber das weiß ich nicht, ich weiß nicht mal wo die Leiche liegt, ich kenne die Situation nicht, ich muss sagen, ich war auf Toilette, achso sorry, also Rizgo kann es auch nicht sein, ich kann für Cracker auch bürgen, Also es ist, er ist es nicht, er hätte mich zehnmal füllen können. Nein, warum denn, ich war auch die ganze Zeit, wir haben den Beschuldigen, ahhh, jetzt gibt's Ärger. Also am ehesten glaube ich gerade Gnou, da er von links kam und dann lag da Ozaf. Ich glaube auch Gnou. Ja gut. Können wir bitte irgendwie skippen oder so? Also wir müssen ja niemanden laufen jetzt. Aber habt mal ein Auge auf Gnou. Ja habt mal ein Auge auf mich, weil es kann sein, dass ich jetzt euch alle töten werde. Also ich habe den Imposter gevotet. Oh keiner hat mich gevotet, oh das ist Ehre. Hä Gnou, warum ich? Ich bin auf Kurve, reiche Beschuldigung. Okay Freunde. Okay, ich bin auf ihr. So, ich werde jetzt. Der Bluton hat sich gar nicht beschwert, dass ich ihn reportet habe. So nah an allen Drang bleiben. Wo sind denn alle? Fuck! Ich habe die wieder verloren. Oh nein! Ja jetzt. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Tja! So! Jetzt habe ich meine Klicke wieder. Oh nein, eine Klicke habe ich gerade wieder. Ja wir können aber auch nichts machen. Report! Report! Wow, Gnu und Rosa. Vor unseren Augen einfach Gnu. Es war Gnu. Hä, nein. War das mein erster Kill? Das war dein wackster Kill auf jeden Fall. Oh, süß. Stupid erwachsen. Also Gnu, ich habe gerade gesehen, wie Gnu vor meinen Augen jemanden umgebracht hat. Wir waren die ganze Zeit zu viert. Ich dachte, okay, safe hier. Und dann macht Gnu diesen zack, zack. Das ist echt sehr, sehr süß, muss ich sagen. Ja, ich weiß, dass ihr euch allen gegenseitig glaubt. Ich wollte einfach nur ein bisschen Action mit Gnu hinterhergelaufen. Dann hat er ihn weggesnackt und ich fand es süß, weil er so dreist ist. Und ihr es ihm eh alle glauben. Oh mein Gott, was eine harte Lüge. Boah, okay, so ein Spielspiel war es. So ein Spielspiel war es. Ich bin einmal im Office rumgerannt. Hä, bin ich der Einzige, der Gnu nicht glaubt? Ja. Wieso? Du glaubst mir eh nie. In jeder Runde hast du mir nicht geglaubt. Ich war immer Crewmate. So. Okay, Rezo kann es aber vielleicht auch diesmal auch sein, ne? Okay, ich bleib bei dir. Außer du tötest mich jetzt. Ja, und er ist weg. Ach, scheiße. Da kommt jemand. Da oben ist die Tür aufgegangen. Na, schnell weg hier. Okay, Leute, wollen wir Paluten erlösen? Sein Herz schluss so hart. Nein! Warte mal, ich möchte ganz kurz sagen, warum ich die ganze Zeit so still bin. Ich war auf Toilette und danach habe ich meinen Zuschauern meine Playstation 5 gezeigt. Was? Ja, ich hatte nicht großartig was zu tun und dann dachte ich mir, okay, ich gehe kurz ins Wohnzimmer und zeige den Leuten mal meine Playstation. Und habe ein bisschen darüber geredet. Ich habe erzählt, dass ich das da nochmal spielen möchte, weil die Grafik besser ist und das Spider-Man, dass ich das Spiel nicht habe. Also ich glaube, okay, 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 okay. Das denkt sich niemand aus. Das denkt sich, ja, oder denkt sich jemand gerade so etwas aus. Ey, aber wieso habt ihr gerade Jew geglaubt und nicht Gnu? Das habe ich gar nicht verstanden. Ja, das... Weiß nicht. Ich glaube nicht. Ne, weißt du, weil ich ja nicht allein da war. Gegen Aussage, oder nicht? Ja, aber Jew hat plötzlich so Wörter wie wack benutzt. Ja, ja, ja. Aber ich konnte es überhaupt nicht glauben, würde ich beide haben gegenseitig gesagt. Dass sie jemanden umgebracht haben und alle so, ja klar, dann war es genug. Hey, ich habe es gar nicht verstanden. Ja, aber die Sache ist, da war ja noch jemand. Wir waren noch zu viert im Raum. Wer war da? Maudado? Ja, wer denn? Ich bin weggegangen. Ich meine, es war noch Fufo da. Nee, ich war nicht, bevor ich gegangen bin. Oder war Riso da? Ich wollte für Ju. Ey, ohne Scheiß, kann genau so Ju sein, wie es Ju sein. Ey, ihr haut gerade den besten Crewmate raus, der euch alle Tasks macht. Alle Tasks. Riso kennt dich am besten. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ja, der desrespektet mich jede Runde und ich war es noch nie. Also ich glaube nicht, dass Ju, wa? Ich glaube, Riso will einfach jemanden raushaben, was er Maudado ist. Ey, Mann, Alter. Ey, mega der Upfuck. Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu rupfen, Jun. Ein Hühnchen zu rupfen, sagt man ja. Oh, hua, ey. Rausgekickt vom eigenen Kollegen. Ich glaube es nicht. Okay, dann kann ich zumindest, oder Riso ist es halt selbst. Ich dachte, Maudado will, dass ich draufdrücke. Also für mich ist es sicher, dass es Riso und Gnu waren. Ja, das ist halt die andere Möglichkeit. Ja, ist aber halt nicht der Fall, dass ich das... Oh, okay. Aber True hat ja auch nicht gesagt, dass Riso da irgendwie in der Nähe gewesen wäre. Muss ja nicht sein, dass er in der Nähe war. Hm. Ja, nur das wäre halt die, das wäre, ist ja die Theorie, dass die beiden da mehr versucht haben. Also ich bin's nicht. Also ich bin's nicht. Riso ist auch sehr, ist auch sehr stark dabei. Oh, ich habe einmal mit Riso gespielt, er hat einfach, er hat sogar self-reported. Er kann schon was. Er hat self-reported. Ich will euch alle ficken, wenn ich euch ficken würde. Nein, aber nicht. Ich habe eine Frage, was ist mit Pufu? Im Center? Oh Mann. Ich weiß nicht, der Pufu ist self-reported. Ich finde es Maxi ist ziemlich sass. Der ist so grün. Ja, gut, dann bin ich sass. Maudado kann eigentlich... Nö, Maxi ist es nicht. Ja, danke. Also voten wir jetzt, oder skippen wir? Es ist wirklich paludial. Wir können einfach... Naja, wir sind bei Sex, wir könnten auch zur Sicherheit voten. Ja, oder? Einfach voten. Boah. Einfach zimmelt, weil der gerade so aggressiv ist. Nein. Ich glaube dir den nächsten mehr. Maudado? Voted nicht mich. Ja, ich vote timid. Nein, 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 nein. Nee, ich skippe. Ich habe timid gewartet. Maxi, timid. 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 Vot timid. Vielleicht Maudado oder so. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Okay, okay, okay. Das mit der Playstation glaube ich dir nicht mehr. Warum glaubst du mir, dass du nicht mit der Playstation... Ja, weil du hier ganz auf mich los gehst. Was soll ich denn machen? Maxi dachte, du wirst sterben. Was soll ich denn machen? Nein! Nein! Ich muss ehrlich sagen, ich glaube das von Paluten ist auf jeden Fall eine Geschichte. Eine sehr schöne Geschichte mit der Playstation, aber eine auf jeden Fall sich ausgedachte Geschichte. Weil das ist so... Kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt gerade mittendrin ein... Mute, mute. Kann ich mir nicht vorstellen, dass man da einfach mittendrin die Playstation 5 zeigt. Aber ich habe den auch gesehen, wie er so eine Quest gemacht hat und der hat nichts gemacht. Also... Aber Gnu hat jetzt gerade was von Mao gesagt. Maudado? Ist es Maudado? Ist es Maudado? Ich bin immer noch dafür, dass es Rezo ist. Fertig. Wer ist es, Freunde? Wer ist es? Es ist Palle. Der macht Maudado. Der macht Maudado jetzt? Nee. Timmit guckt Admin. Palle macht Quest. Fufu... Könnt ihr jetzt Palle kennen? Jo, ich wusste es! Der wusste ich gar nicht. Okay. Fufu ist es also. Okay, nicht Rezo. Gucke ich mal. Vielleicht schafft es Fufu ja dieses Mal sogar. Oh ja. Oh ja. Ja, ja. Fufu killt jetzt noch Maudado. Oh mein Gott. Da sind wir. Dann gibt es noch Rezo, glaube ich. Oh mein Gott. Okay. Okay. Können wir jetzt... Also ich glaube... Nein, nein. Die Leiche liegt schon länger, Freunde. Also... Nee, nee. Du bist es Maudado. Das kann nicht sein. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Hä? Maudado war gerade bei mir mit Licht und davor waren Maudado... Wer war denn gerade im Labor? Äh... Ich war im Labor. Ich war oben rechts. Okay. Die ganze Zeit? Ich habe dich nicht gesehen, Rezo. Hä? Ich habe in der Kamera kurz Rezo und Paluten gesehen, oben rechts. Und ich glaube Paluten ist runter und Rezo ist da. Ey, es muss Maudado sein, oder? Timmit, hör auf damit. Nein, Timmit, ich weiß nicht. Timmit glaube ich halt gar nichts mehr. So, Maxify hat sich gescannt. Ich habe mich gescannt. Wir könnten es nicht sein. Ist es so? Ist es wirklich so? Ja. Okay. Timmit, warum hast du... Oh, jetzt bin ich plötzlich nicht mehr. Wie viele Tasks hast du denn noch, Timmit? Wie viele Tasks hast du noch? Wie viele Tasks hast du noch? Zwei Stück oder so. Wo sind die? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich war am Up-In-Table. Ich war am Up-In-Table. Ich habe ganz hell wie Timmit gefühlt. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Pufu, du hast noch einen Knopf, oder? Ich hab noch einen Knopf, oder? Ich hab noch einen Knopf. Ich hab noch einen Knopf. Ja, okay. Ja, okay. Wen habt ihr jetzt gevotet? Nicht voten. Woten mit Timmit und danach Miso. Wir haben genügend... Nein! Alter! Du drückst einfach den Knopf. GG, 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 GG. Oh. So. Hier. Ist der Imposter. Genau. Ja, du und Gnu. Ja, du und Fu. Hä? Ich hab was nicht. Hä? Denk die Blu immer noch nicht so? Nein, 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 nein. Maudado! Warum? Wer hat jetzt gesagt, das ist Rezo? Das ist auf jeden Fall Rezo. Never. Ich bin es never. Doch. Du standest genau mit mir und Maudado da drin. Und Maxi... Jetzt weißt du, wie es ist Rezo. Und im Kreis und im Kreis. Unschuldig beschuldigt zu werden. Das Ding ist halt, Maxi und Maudado waren safe. Ich war ja letzte Runde ganze Zeit mit Maudado und Maxi zusammen. Bis auf dann kurz. Da seid ihr zusammen. Und dann hatte ich Maudado wieder am Licht gesehen. Das Ding ist halt, ich bin es nicht. Ich hatte alle meine Tasks durch. Deswegen dachte ich, bleibe ich bei euch. Als ob du was sehen könntest. Also es kann sein, dass du es bist. Du hast doch diesen kleinen. Wir standen alle in einander. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass ich es bin. Und alles stimmt, was du sagst. Es gibt die Möglichkeit, dass du es bist. Und du einfach von dir ablenken willst. Und deswegen sagst du, ganz safe. Muss es so gewesen sein, dass ich es bin. Oder es ist die Möglichkeit, dass es Maxi ist. Und du denkst... Maxi, wie soll Maxi sein? Und du denkst, ich wärst... Ich war doch gar nicht da, wieso ich war weg. Dann muss es fuhr sein. 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 Dann ist es fuhr sein. Dann ist es fuhr. Dann ist es safe. Oh, oh, oh. Maxi, Maxi. Mach nichts Falsches. Ich schwöre. Sag immer, dass du es nicht bist. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht, Maxi. 100% ich bin es nicht. Maxi. Vertrau mir. Ich vertraue dir nie. Ich weiß dir. Alter, dieser Satz fuhr. Das hätt ich echt überzeugender sagen können. Ja, wirklich. Warte, hab ich das verkackt? Nee, ne? Nee. Okay. Rezo, ich bin nicht Imposter gewesen. Ich war die ganze Zeit sauber auf dich. In jeder Runde. Ich hab immer das Gefühl, wir stellen uns so schlecht an. Ja, ja, genau. Weil du zum Beispiel mich die ganze Zeit zasst hier. Ohne Sinn. Es ist Ju. Einfach so. Und alle glauben dir. So, Freunde. Ich bin mal raus. Beleidigt. Geh ich jetzt hier raus. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke euch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war echt witzig. Liebe an alle. Liebe zurück. Schönen Abend euch noch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.